Heute werden wir ein Finanzierungsbeispiel ausrechnen für einen BMW M2 Coupé. Das ist der M2 Coupé aus April 2018, 5800 gelaufen, 370 PS, aus erster Hand natürlich, unfallfrei, tadelloser Zustand. Und von innen ist er auch recht gepflegt. Wir machen einen kurzen Soundcheck. Hört sich wunderbar an. Jetzt machen wir einmal die Berechnung für eine Finanzierung. Die Berechnung führen wir mit der Korn-Sauce-Finance zusammen. Wir rechnen jetzt einmal das Fahrzeug aus. Wir pflegen den Wagen einmal rein. Versuchen. So, das ist er. Erstzulassung. 4,980. Kiloverstand 5,800. Ist sofort verfügbar. Und dann einmal weiter. Fahrzeug kostet 46.900 Euro. Berechnet. Eine Rechtsschuldversicherung möchten wir nicht. Eine GAP möchten wir auch nicht. Lassen wir raus. Und da haben wir eine monatliche Rate von 569,90 Euro. Würden wir 10.000 Euro anzahlen, berechnen, kommen wir auf 448 Euro. Falls du auch ein Fahrzeug ausgerechnet haben möchtest, kannst du gerne in den Kommentaren reinschreiben. Ich werde dein Wunschfahrzeug gerne für dich ausrechnen. Bleib bis dahin gesund. Wir sind euer Autohändler in Mülheim an der Ruhr. Ich werde dein Wunschfahrzeug gerne in Mülheim anzahlen, berechnen, 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 berechnen.